hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge die verrückten im voice channel heute behandeln wir das thema mobbing wir sind drei personen drei von zwei finden mobbing klasse wer ist unser opfer natürlich der märz probiert man erzählen wenn ich schlafe in pfund keine ahnung in kühlschrank weil das heiß gelaufen ist warum geht das nicht man blutroten mehr ja da war so das war alles laden ist was was mir jetzt aufgefallen ich habe eine happy eckmaschine bei mir stehen und ich habe mein handy nicht aufgeladen warum das warum braucht die scheiß kaffeemaschine hier strom silence ich mache jetzt erst mal kaffee warum kann ich das nicht öffnen ganz einfach du doof apropos melvin hast du deine mutter gefragt was das ist ich habe meinen vater gefragt und weiß es nicht nein ok tote oma ist grützwurst falsches gehirn ist so rührei mit tomate drin ich habe mein ich habe mein headset rausgefüllt rausgerammelt du ferkel au das war mein fuß doppelferkel au schon wieder au ja aber diesmal war es der andere er mag es halt zu rammeln ach so ja ich bin ein wunderschönes rammeln kann ich äh ähm wie geht das äh ja meine powerbank hat noch strom oh äh aggo oder strom ach egal kommt nicht ach das war schön au das war mein anderer fuß also der von wohin warte mal kurz wie viel fuß hast denn du äh drei stück also drei beine und zwei oh gott äh ok warum geht das nicht mann du bist der melvin deswegen das macht mich grad leicht aggressiv ach melvin zu deiner info wegen lootbags ja ich stell grad grüne her und das sind schon gleich 300 stück oh und es geht noch weiter ich bin bei 337 oh ja also so eine mobfarm hat schon was für sich wenn natürlich nicht das hörmer wieder abspielt und alles auf easy laufen tut ich hab's geschafft oh mein gott aber ab sofort ne das halte ich jetzt auch in der aufnahme fest jedes mal wenn der server abschmiert muss melvin uns jeden 5 euro bei steam überweisen ok äh egal ob er dran schuld ist oder nicht Leute ich hab's grad geschafft mein game zu resetten in einer ältere version wuh warum ja damit ich oft mit mods spielen kann weißt du was ich dazu sagen was für ein game hier totally accurate battle simulator jetzt hab ich wieder werbung gemacht verdammt gesundheit weißt du was ich dazu sage ich will deine antwort gar nicht hören he an der not seh was habt ihr denn jetzt gemacht wenn melvin so dreckig lacht ist irgendwas perverses nein oh doch vor allem wo habt ihr aber was gemacht ich seh nichts ok immer diese heimlichen so ich muss grad gucken hier satans zeichen ich will kein satans braten ich kann dir eins meiner kinder geben das sind und das geil ist die gucken sich meine folgen dann werden das werden die erst ab weihnachten fragen ja da kann ich so mit geschenken beruhigen bestimmt ja also guck so ist die situation schon entschärft weißt du warum weil sie keine geschenke bekommen erstens das und zweitens wo du melden bist oh gott es geht los oh das ist gut das ist für botanier manuelin haben wir hier ganz viel schönes zeug für dich im inventar wirst du das haben ich bin mal kurz aufkau du bist doch nicht mal auf dem server ich weiß ach Tyrox wo bist du denn grad in deiner base oben oder unten wo in deiner base bist du grad bin da unten guck mal Tyrox extra für dich hier oi bitteschön kann ich denn Scanner haben äh da muss ich ihn holen warte oh ne eink will er nicht eink nein das mache ich bei melden dann auch vor allem ich habe noch zwei disco kugeln davon ja was ist denn los du schaffst es immer wieder dass ich keinen bock mehr habe ne oh 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 Tyrox minus 29 das heißt ich hab es ich hab irgendwie 1 oder 71 prozentiger chance dass es ein normaler wird mindestens trip xp oh das war knapp Tyrox nein nein oder lieber so ein können wir das bitte in nether machen oder so da hinten ist so eine Fledermaus verseuchte Insel was ist das was ist das was ist das das ist doch so ein Todesblock da war ein Mob drauf hier können wir es ja machen nö ich setz den dann da oben in den Sinn weil du kannst dir voll hoch in den Baum rein flattern doof ist es dann nur wenn natürlich ein minus 100 da rauskommt und der 32 chunks cleart dann haben wir alle nichts mehr egal der reiz ist da das rein das rein ich setze ihn nur in den normalen chance clip hin muss reichen so ein paar fackeln brauchen wir dann noch für steep dark hast du dich drauf vorbereitet Tyrox nein warum meine mana rüstung muss weg weil ich ja kein richtiges schwert noch nicht mache oder was gibt es eigentlich für ein sport ey komm irgendein halbwegs gute schwert ähh Supremium superior da gibt es das 41 attack damage wert ich müsste sogar noch ressourcen haben um dir eins herzustellen wenn du eins möchtest olla, ich brauche meinen Angel Ring nicht mehr ich habe die Supremium Rüstung und kann fliegen läuft Living Sword, ach egal. Soll ich dir so ein Schwert machen, wie ich hab? Ne, geht schon. Ich mach dir jetzt eins, ist mir scheißegal was du sagst. Ne, ist egal, ist egal. Ne, ich mach dir jetzt, ach ey, da bin ich schnell, die Hose fetzt. Komm, Melvin hat übrigens gekriegt von mir. 17, 41, 31, das da, dort kommt vier rote hin. Gibt's dir keine Battle-Aggs oder so? So, jetzt bin ich voll konzentriert. Glaube nicht. Hör auf! Verdammt! Das kann ich mir nicht nochmal ansehen. Ach, ihr Zwe. Little cleans and gargles, my diamonds. Was macht ihr schon wieder? Das ist nicht gut! Nein! Doch! Nein! Ach, Melvin, du kleines Kind des... Ich will noch so lange Kind bleiben wie möglich. Das war Memes. Äh, also Melvin, laut deiner Aussage darfst du also kein Kind mehr sein, weil in diesem Start ist Kind sein das Schlimmste, was du dir wünschen kannst. Ich will aber auch nicht alle zahlen. Ist das jetzt irgendeine Einspielung, mein Freundchen? Nein! Ganz sicher? Ganz sicher? Komm... Ja? Ja, ich bleib grad Sky. Ah, okay. Ich mach, äh, Tyrox grad ein Schwert. Ähm, M-M-M-M-M-M. Okay. Eins ist besser als deins. Melvin! Oder... Ne, mal... Eik, eik, eik. Ähm... Ich bin ganz ohr. Der Meme-Channel ist doch ab 18, oder? Ja... Oder ab 16. Ab 18. Ab 18... Ja gut, okay, dann wird das... Okay, das ist klar. Der ist... Der ist und wird immer ab 18 bleiben. Ah... Und das... Ich brauch Supreme-Apple. Ich glaub... Nein, muss man nicht. Aber, ähm... Eins, zwei, drei... Scheiß, jetzt brauch ich den blauen... Was auch geht, ist, äh... Scheiß... Ah, das muss ich meinen Meme-Folder machen, ja. Meme... Hast du einen Meme-Folder? Ja... Gut. Dann bin ich nicht der Einzige. Echt? Ihr besitzt sowas? Ja... Warum? Ja, da ja. Und zwar auf meinem Handy. Da läuft das bei mir unter dies und das. Dies und das? Ja. Oh. Ganz normale Bilderhälfte. Kenn ich. Kennste? Kenn ich. Warte. Warte. Das... Und das... Ich will hier auch gern ein paar schicken, glaub ich muss. Das ist wieder mein Handy. Jetzt brauche ich da diese blauen Dinger hier. Holen. So. Aufheben. So, warte mal. Ich sollte noch irgendwo welche haben. Das... Ich weiß nicht, was das mit Steve zu tun hat. Ich auch nicht. Aber... Aber... Ja. Alter. Du hast die gleiche Rüstung wie ich. Was hast denn du auf deinen Schuhen? Äh... Set Bonus Fly. Und das darunter? Empty. Charm Slot hast du Empty. Alles Empty. Alles leer. Alter. Lol. Ich hab unten... Äh... Auf Schuhe Resistenz. Auf... Hose Speed. Auf... Brustplatte... Äh... Stärke. Und Anti Venom auf... Der... Auf dem Helm. Guck mal. Ich bin ruck zuck mit dem Ding, ey. Bitte was? Das ist kein Steve. Du Arsch. Da. Ich hab dir was hingeworfen. Oh. Oh. Schön. Guck mal aufs Attack Damage. Ich weiß. Danke. Danke. Und Melvinsens macht halt nur 21, ne. Melvins der arme Schlucke. Man kann's auch auf 31... Man könnte's aber upgraden auf 31, ich glaube. Ich glaube, in diesem Projekt bin ich mehrmals gestorben. Als ihr. Also ich hatte am meisten Tote wahrscheinlich. Warum? Mit CO2 mich gekillt hat. Du mich gekillt hast. Stimmt. Die eine Folge heißt ja 20 Tote Melvins. Was? Ja, wo ich zum Dings gesagt hab, wenn er das und das will, muss er dich 20 mal töten. Äh. So. Aber Melvins, ich hab ein Geschenk für dich. Ich hab ein Geschenk für dich. Wo ist meine Werkbank? Ähm. Melvins, warte mal. Hier. Bitteschön. Was ist das? Das ist ein Chance Cube. Mit... Oh, Lucky Block. Äh. Tyrox. Ja. Darf ich das öffnen? Warte mal. Ich hab ihm grad ein Chance Cube hingesetzt. Und dreimal darfst du raten, was der für ne Chance hat. Oh. Ja. Plus 100? Nein. Plus 61. Ne. Da kommt auf jeden Fall was Gutes raus. Oh, ich wills öffnen. Ich wills öffnen. Dann mach abbauen. Kannst du mal abbauen? Ja. Ich kann einen Schneemann bauen. Hahaha. Ja, das ist gut. Do you wanna build a snowman? Ich hab noch mehr davon. Ich kann dir gerne noch einen bringen. Nein. Nein, Melvin. Nein. Doch, das steht im Chat. Aber Melvin, es gibt auch welche, die tun deinen ganzen Chunk dir. Beziehungsweise 32x32 Chunks, ne? Ich weiß, ist der gut, ist der gut. Minus 19. Äh. Dann mach mal. Soll ich? Tyrox hat einen Minus 26er. Puh. Hä? Au. Gift. Das ist der Nervenkitzel dabei. Wo ist meine Werkbank und so hin? Die hab ich im Inventar. Oh. Hä? Wofür tun wir das? Oh lol. Oh mein Gott. Altes Doof. Was? Achso, dein ganzes Zeug ist im ME drin, hab ich doch gesagt. Achso. Die ist halt immer noch nicht fertig mit Durchschmelzen. Das waren das ja alles ins ME, ne? Ja. Hä? Achso. Melvin, willst du mich mal mit dem Schwert hier hauen? Jaja, gern. Ey Melfit. das war für das Wort Cheater. Ach man. Ach man. Ach man. Ach man, Cheater. Das war für das Wort Cheater. Ach man, jetzt… Ach man, jetzt… Wenn der jetzt alles kaputt geht. Der ist minus 39 oder 35. Soll ich? Soll ich? Ich hab so Angst, ne? Soll ich? Ich hab so Angst, ne? Ich will nicht, dass meine Kirche kaputt geht. Hä, oben? Warte mal. Warte mal. Äh. Hä? Da muss doch was auf dem Baum, oder nicht? Nein, nein. Ist es nicht. Es ist einfach nur so eine normale Kanz, äh, Dingsfalle. Achso. Oh, okay. Achso. Mit, mit was kann man die bitte schön downgraden? Ich möchte, ich möchte CO2 zu. Oh. Achso. Normalerweise. Äh, also jetzt grad nicht. Ja, sonst… Ich muss die Aufnahmen erstmal werden. Eine Aufnahme, wo ich wieder nur Blödsinn mache. Geil. Ach schön. Ich hab aber noch die Disco-Kugeln hier bei mir drin. Äh. Achso, ich wollte…